Lohnt sich eine Kleinwindanlage? Zahlt sich die Investition aus? Diese Frage haben wir in der Vergangenheit viele Gewerbebetriebe und Firmen, als auch private Hausbesitzer gestellt. Nicht zuletzt deshalb, weil der Strom immer teurer wird. In diesem Video bekommst du eine ehrliche Antwort darauf. Nach dem Video wirst du wissen, wann sich eine Kleinwindkraftanlage lohnt und wie man die Wirtschaftlichkeit einer Kleinwindanlage auf einem konkreten Grundstück herausfinden kann. Mein Name ist Patrick Jöttemann. Ich bin Fachautor und neutrale Experte für Kleinwindkraft. Wenn man die Installation einer Kleinwindkraftanlage in Erwägung zieht, sollte man ein klares Bild auf das Thema Wirtschaftlichkeit haben. Wenn du keine Videos verpassen willst, klicke unten auf Subscribe. Wann genau lohnt sich eine Kleinwindanlage? Sie lohnt sich dann, wenn man mit der Windanlage Strom günstiger produziert, als man ihn beim Stromversorger kauft. Denn der hohe und steigende Strompreis ist für viele die wesentliche Motivation, sich mit der Eigenversorgung durch erneuerbare Energien zu beschäftigen. Ich gehe in diesem Video also davon aus, dass ein Anschluss ans Stromnetz besteht. Bei einer Inselanlage ohne Anschluss ans öffentliche Stromnetz muss man die Stromkosten eines alternativen Generators in Bezug setzen. Das kann zum Beispiel ein Dieselgenerator sein. Nehmen wir als Beispiel einen Gewerbebetrieb. Die Firma zahlt einen Strompreis von 22 Cent pro Kilowattstunde, ohne Mehrwertsteuer. Die Kleinwindkraftanlage mit einer Nennleistung von 10 Kilowatt produziert pro Jahr 20.000 Kilowattstunden Strom. Bei einer Betriebszeit von 20 Jahren wären das 400.000 Kilowattstunden Strom. Die Gesamtkosten der Windanlage wären der gesamten Betriebszeit inklusive Wartungskosten betragen 80.000 Euro. Unsere Kosten betragen 80.000 Euro. Der Ertrag liegt bei 400.000 Kilowattstunden Strom. Das heißt, die Kilowattstunde Strom kostet im Betrieb 20 Cent. Das Fazit, die Firma kann mit der Kleinwindanlage günstiger Strom produzieren, als sie ihn beim Energieversorger einkauft. Denn der Strompreis von 22 Cent ist höher, als die Stromproduktionskosten der Windanlage von 20 Cent. Wichtig ist die Berücksichtigung der Strompreissteigerung. In 10 bis 20 Jahren wird der Gewerbebetrieb voraussichtlich einen deutlich höheren Strompreis haben. Dadurch verbessert sich die relative Wirtschaftlichkeit der Kleinwindanlage. Denn die Kosten des eigenen Windstroms bleiben konstant, sofern sich die Gesamtkosten der Windanlage nicht ändern. Für hochwertige Anlagentechnik ist das realistisch. Eine wichtige Regel darf man nicht vergessen. Nur der Eigenverbrauch des Stroms ist wirtschaftlich. Denn für die Einspeisung des Stroms bekommt man nur eine Vergütung unter 8 Cent pro Kilowattstunde. Es ist deutlich lukrativer, den Strom selbst zu verbrauchen. Bei jeder selbst verbrauchten Kilowattstunde Windstrom sinkt die Stromrechnung in Höhe des eigenen Strompreises. Das Windpotenzial am Standort ist der wichtigste Faktor für die Wirtschaftlichkeit einer Windanlage. Je höher die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit, desto mehr Strom produziert die Windanlage. Die Kosten pro Kilowattstunde Strom sinken. Mit Bezug zu unserem Beispiel. Mit der Windanlage wurde Strom produziert, der 20 Cent pro Kilowattstunde kostet. Dies wird nur an einem windstarken Standort über 5 Meter pro Sekunde mittlerer Jahreswindgeschwindigkeit möglich sein. An einem windschwächeren Standort würde die Windanlage weniger Strom produzieren. Die Kosten pro Kilowattstunde Strom wären deutlich höher. Wer die Wirtschaftlichkeit einer Windanlage an einem konkreten Standort in Erfahrung bringen will, sollte eine Windmessung durchführen. Die Winddaten des geplanten Aufstellungsorts der Windanlage sind die Voraussetzung für eine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Wenn man die mittlere Jahreswindgeschwindigkeit eines Standorts kennt, kann man bei Anbietern von Kleinwindanlagen in Erfahrung bringen, wie viel Strom eine Windanlage pro Jahr dort produzieren würde. Der Anbieter wird auch die Gesamtkosten der Anlage nennen können. Jetzt kann man verschiedene Windanlagen vergleichen, was die Kosten und Stromerträge angeht. Das Fazit Für Gewerbebetriebe kann sich ein Kleinwindrad lohnen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Das betrifft vor allem eine windstarke Lage und einen hohen Stromverbrauch. Für private Hausbesitzer gilt, die Stromkosten durch die Windanlage werden in den meisten Fällen höher sein als der Strompreis. Gewerbliche Kleinwindanlagen ab rund 10 Kilowatt Leistung haben ein besseres Verhältnis von Kosten und Stromerträgen. Private Anlagenbetreiber sollten andere Motive haben als monetäre Aspekte, wie zum Beispiel eine hohe Selbstversorgung durch sauberen Strom, Spaß an der Technik und so weiter. Durch den Dialog mit Interessenten und Anlagenbetreibern weiß ich, dass die Meinungen stark auseinander gehen, was wirtschaftlich vertretbar ist. Der eine sagt, dass der Strom der Windanlage nicht teurer als 18 Cent sein darf und ein anderer sagt, dass für ihn 30 Cent oder sogar mehr akzeptabel sind, weil nicht die Wirtschaftlichkeit, sondern die hohe Eigenversorgung das wichtigste Motiv sind. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like. Vielleicht möchtest du dir auch die anderen Videos dieser Grundlagenserie anschauen. Bleibt gesund und munter, euer Patrick. Und das ist lipg.